Entschuldigung, können Sie mir helfen, bitte? Du hast noch? Ja. Zwei Blocks in die Richtung, einen die dann links und Sie sind da. Okay, danke. Bitte. Danke, Nick. Zollbehörde, ich gehör zu Mix. 24 Wachleute. Das ist der ganz große Coup, bei sehr kleinem Risiko. 30 Millionen Dollar. 43 Überwachungskameras. Also gut, kriege ich die Details? Ich hab den kompletten Grundriss. Die Sicherheitsabteilung hab ich um den Finger gewickelt. Zollung, Zollung. Vier Alarmsysteme. Ich werd mit dem System fertig, aber den Safe muss ein anderer knacken. Nach diesem Coup, hör ich auf, ein für alle Mal. Das war's damit. Ja, wie oft hast du mir das die letzten 24 Jahre erzählt? Und das alles, um einen Tresor zu schützen, der nie zuvor geknackt werden konnte. Na, gib's doch zu. Der Kleine hat eine gute Show abgezogen. Danke, danke. Ich leite diese Operation von A bis Z. Wenn ich nur eine Sekunde lang sehe, dass du dich nicht an die Abmachung hältst oder mir was verheimlichst, bin ich weg. Kapiert? So läuft das nicht mit mir. Ich habe das alles im Detail geplant. Also schieb mich nicht ab, wenn's ums Kassieren geht. Ich warne dich. Du spielst ein zu gefährliches Spiel. Hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Etwas Respekt von dir, wär ein guter Anfang. Was sagst du? Konstantin Film präsentiert. Wer ist das? Mein Cousin. Cousin? Das hier ist mein Cousin. Wir haben alle Familie dabei. Ist doch nett. Ich hab 25 Jahre nicht mit einer Waffe gearbeitet. Da fang ich jetzt nicht damit an. Nächstes Mal kommst du ohne das Ding. Robert De Niro Edward Norton Angela Bassett und Marlon Brando Kannst du mir den Bypass-Geräusch besorgen? Willst du reden oder willst du sehen, was ich habe? Geschafft. Sie können diesen Coup nur gemeinsam landen. Tick-Tack. Doch die Beute will jeder für sich allein. Glaubst du, ich bin blöd? Meinst du, ich krieg nicht mit, was ihr vorhabt, Max und du? Seit wann denkst du, du bist besser als ich? Du willst mich mit einem Bruchteil der Beute abspeisen, die es ohne mich gar nicht gäbe. Das Spiel hier ist ungeheureskant und wenn du nicht diszipliniert genug bist und aufhörst zu zocken, wirst du runtergehen. Unvermeidlich. Willst du wissen, womit ich dich ans Messer liefern kann? Entweder wir klären das jetzt sofort oder ich sorge dafür, dass du untergehst.